Soll ich dann am besten so ein bisschen lassen? Weil es so warm ist natürlich. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ride Dicted. Wen haben wir heute dabei? Nein, den Sender himself, Simon Bündel, ich glaube es wird spannend und wild. Wir sind hier im Bikepark Frommersbach, Simon war schon ganz lange nicht mehr auf dem Rad. Das letzte Mal im Winter. Das letzte Mal im Winter. Jawoll! Das ist im Gesicht. Wird gut, wird lustig, let's go jetzt erstmal warm fahren. So, ja, let's go! So ein Doro. Boah, mit den netzigen Sachen. Jetzt tun die Beine schon weh, aber da kannst du runter droppen. Ja, den habe ich jetzt natürlich übersehen. Dann machen wir das einfach so, schau. Und dann geht's doch runter, ey! Ausdauer! Ja, meine Beine! Was? Ich muss mehr Rad fahren. Wollt ihr erst vor, oder? Nein. Nein. Kein Druck, Simon. Ich bin ja noch gar nicht gefahren. Und den auch. Jawoll! Ich bin ja auch gar nicht gefahren. Das ist für die Kräfte. Ja, genau! Dinge. Ja! Auf! 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 Auf geht's! Shortcut genommen. Die Kurve wie eine Eins. Eine Outside Line wert. Und dann Inside. Das war der Baron. Auf geht's! Ja! Juhu! Du mal Abstand halten! Dann hätte sie alles noch funktioniert. Das hätte noch funktioniert. Das ist auch neu. Ja! Außer mal ein paar Trips her heute. Hä? Das ist ja alles neu. Hallo? Ja! Du bist nur reingefahren. Ja, weil er gegen einen Baum gefahren ist. Nein! Das hätte noch geklappt. Das hätte noch geklappt. Wenn ich dir in den Baum... Mal ein Replay hier. Oh! 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 Ja, ich bin cool! War ein Gas-Tübe! Ich weiß nicht, was du meinst. So, hier! Durch! Gas, Gas, Gas! Ja! Der hat gewusst, dass es kommt! Ja! Der hat gewusst, dass es kommt! Ja! Dich muss man mitnehmen! Da oben bleiben! Oben bleiben! Oh! Ja! Oh! Ich dachte, das sind ja nur unsere Jungs! Oh! Du bleibst... Oh! Du bleibst nicht gest... Ja, glaube ich! Ja, der ist doch ein bisschen am Anfang. Der braucht noch ein bisschen... Ne? Oh! Erstmal dein Schild hoch hier! Ja! Ich hab's gesehen! Ey! Aber wie geil war bitte diese eine Kurve von mir! Schneid mal jetzt rein! Ey, das war so lässig! Wie geil ist sie wirklich, ist die Frage! Ich hab's nicht gesehen! Das war so die S-Kurve am Anfang, ne? Hast du schön gedriftet? Ich bin da tschu tschu! Ganz flau, ich sprich da durch! Ja! Alle hopp! Hahaha! Alle hopp! Ja! Jawoll! Easy, oder? Ja! Wieso? Hahahaha! Jaaaa! Guck mal, eine ganz kurze Bestandsaufnahme! Ah! Bestandsaufnahme! Guck mal, wie tief ich das in meinem Sichtverländer! Hahaha! Einschränkungen! Hahaha! Boah, jetzt wird's für mich auch schwierig! Ja, klar! Oh, ich hatte so einen hohen Gang drin! Wir sind jetzt hier auf der Downhill-Strecke, haben hier ein kleines Tablechen und da versuche ich jetzt mal einen 180 Tire Tap und dann wieder da in das Landing rein. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert! Ah! Den hab ich nie mit einbereichen! Ach! Den hab ich nie mit einbereichen! Den hab ich nie mit einbereichen! Schön mit dem Arsch in den Reifen rein! Und ich will unbedingt noch einen 360 machen! Hier haben wir noch mal so einen kleinen Drop! Also einen mittelmäßigen Drop! Habe ich schon öfter gemacht, aber jetzt schon länger nicht mehr! Deswegen bin ich gespannt! Jetzt jedes Mal aufs Neue wieder ein bisschen scary! Aber kriegt man glaube ich hin! So, ich finde das war doch nochmal ein guter Abschluss mit dem 360! Das war's jetzt für heute! Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuschauen! Und konntet euch ein bisschen amüsieren mit dem Simon! Ist immer witzig mit dem Simon! Ist immer wieder witzig mit dem Simon! Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder! Tschüssli Müsli! Ciao Cacao! Ciao Cacao!